Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Türchen von meinem sehr kleinen Drexler Drechsel Adventskalender. Da in dem Drechsel Adventskalender sollte es natürlich auch ab und zu mal ums Drechseln gehen. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich doch einfach eine Videoserie machen könnte, immer Sonntags, dass ich da eben so ein bisschen einen Drechselkurs mache. Weil ich weiß ja, viele von euch tun noch nicht so lange Drechseln oder haben vielleicht noch gar keine Drechselbanken, wollen jetzt erst beim Drechsel anfangen. Und deswegen kriege ich ja auch oft die Frage, wie soll ich das Ganze machen und mache da mal ein Video drüber und so. Deswegen will ich das jetzt an den drei Advents-Sondage jeweils machen. Und ich habe gedacht, dass es doch vielleicht auch noch besser rüberkommen würde, wenn ich tatsächlich jemanden Drechsel beibringe und mir das Ganze dann einfach dokumentiert. Weil dann würde man ja sehen, was kommen da für Fragen auf, was fragt sich vielleicht ein Anfänger, wo ich jetzt gar nicht so drauf kommen würde. Deswegen machen wir das heute zu zweit. Und da will ich mich heute mal bei uns im Wald mit jemandem treffen, wo ich jetzt auch mal das Drechsel anfangen will. Weil heute ist wunderbar, stets Winter weiter, da will ich auch noch ein bisschen raus. Nehmen wir Hochentaster mit, muss ein paar Bäume hochentasten und da soll ich den dann treffen. Also, dann gehen wir zuerst mal in den Wald. Ja. 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 Musik Servus Philipp! Servus Niklaus! Bist du auch im Wald? Ah ja! Ah ja, wir haben uns ja verabredet. Hast du ein neues Gerät? Ja, ein Hochentrasch war heute noch gar nicht lange. Haben wir jetzt erst im Advent zugelegt. Ah, schön. Darf ich den auch mal probieren? Ach man, das mit dem Beimler. Beimler? Zum Fichte, zum Christbein. Ah, das ist ja eben das Geschicktes. Da kann man dann noch Beimler raufasten, ansägen. Ja, so du als Niklaus hast du ja gewiss auch viel mit Christbein zu tun. Oh, jede Menge. Ich kann dir sagen, ich kann keine mehr sehen nach Weihnachten. Ja, gerade auch wenn es in der Stub stand, dann muss ich halt oben noch ein bisschen ansägen, das nicht ganz reinpasst, aber es ist halt schon oben. So denkst du ja geschickt. Darf ich den auch mal ausprobieren? Na ja, komm, dann ziehen wir noch aus, dass du auch ein wenig Heerebeim sägen kannst. Ah, das ist ja geil. Ja, ja. Was hat der, vier Meter? Ja, vier Meter, über vier Meter sogar. Wow. Ja, beim Säge hat man ja auch richtig schön gesehen, dass der farblich super zu dir passt. Sieht echt gut aus, farblich so. Ist das der Niklaus-Steil? Ja, kennt man schon mal einen. Du Philipp, ich habe im Frühjahr ein paar Beine rumgemacht bei mir im Niklauswald und schön aufgesäget, wie du es in deinen Videos immer zeigst. Jetzt habe ich gedacht, da täte ich auch mal etwas Drechsel davon. Drechsel ist super. Könntest du mir zeigen, wie es Drechsel geht? Na ja, komm. Dann gehen wir zu mir heim. Du kannst ja auch bei mir im Auto mitfahren. Dann haben wir das Moped hin, weil es ist ja schon ein wenig kalt. Ja. Beim ganzen Rauchreif und so. Dann gehen wir heim zu mir in den Werkstatt und dann zeige ich es euch einfach mal. Oh ja, prima. Das wäre eine feine Sache. Na ja. Oh, jetzt kommt es schön durch, als die Fische hin. Oh, die sauen ins Auge. Oh, da ist warm da hinten. So. Jetzt gehen wir hier um das Werkstattli. In meinem schönen Drechsel-Werkstattli. Oh, oh, oh. Oh, schön. Da war ich ja letztes Jahr schon. Stimmt. Wo ich dir gefunden habe. Na ja, da haben wir es verpasst. Ja. Oh, da hat mein Kittel noch ein bisschen Oster. Da hat er nach Rauch gestunken. Echt. Wie wir den Läberkäse da gemacht haben. Oh je, oh je. Hast du es aus dem Bart wieder rausgekriegt. Da hast du doch ein wenig an den Wengen. Da hat es immer noch Wengen drin. Ja, ich hätte jetzt mal gedacht. Als erstes befassen wir uns mal ein bisschen mit der Theorie vom Drechsel. Was man so braucht und so. Was du dir auch zulegen solltest. Als erstes, bevor wir dann wirklich loslegen können. Und da fangen wir einfach mal mit Drechselbänkte an. Ja, das ist gut. Weil ich habe ja bisher bloß ein bisschen eine Werkstatt, um meinen Schlitten reparieren. Oh, apropos Schlittenbauer. Ja. Ich hätte auch ein Frau und zwar, wenn wir sie von Schlitten sind. Ha, 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 ha. Ja. So ist mir das auch gegangen am Anfang, wie es noch kein Niklaus war. Echt? Ja. Ja, und dann aber als Niklas brauchst du ja einen Schlitten und da musst du genau wissen, wie das geht. Können wir dann ja im nächsten Adventskalender mal machen. Das machen wir. Schlitten bauen mit Niklas. Ja, was für ein Drechselbänkchen würdest du mir denn empfehlen? So ein Kels wie du hast, oder? Ah, das ist immer eine schwierige Frage. Das fragt mich vielleicht auch recht oft, was ich Ihnen denn für eine Drechselbänkchen empfehlen könnte. Und da muss ich immer schreiben, hm, ja, schwer zu sagen. Ich kann euch natürlich meine empfehlen, die ist gut, aber die ist eben saudeuer und auch saumäßig groß und saumäßig schwer. Und nicht jeder braucht so eine Drechselbänkchen, weil man kann mit einer kleineren oder mit einer billigeren Drechselbänk auch was anfangen. Wie viel Platz hast du denn? Ja, das ist so eine Sache. Innen drin in der Werkstatt ist eh so viel. Also wäre es vielleicht eher eine, wo man auch einen Tisch draufstellen kann, oder? Ja, man könnte es auf der Werkstatt draufstellen. Und die kann man dann ja auch weg tun, wenn man gerade nichts drechselt, kann man sie in irgendeine Eckstatt oder so. Und wenn man dann bis Drechselbänkchen will, halt man sie raus und kann drechseln. Und man kann die auch mal mitnehmen. Die kann man natürlich auch mitnehmen. Wenn nicht, der kennt doch was vor Drechselbänkchen will. Zum Beispiel, unter dem Baum. Ja. Und die sind natürlich auch ein wenig billiger, also die kriegt man schon für ab 300, kriegt man schon so relativ häufig, bis dann 1000 Euro so. Und da kommt es natürlich auch ein wenig aufs Budget, wie viel will du denn ausgeben? Ich lasse mir die schenken. Ja. Ah, zusätzlich zum Hochendaster. Ja. Genau. Das? Bei uns, da schenkt man alles. Das ist gut. Ja, aber so arg viel soll es natürlich auch jetzt sein, oder? Ja. Wie ist das? Also es ist natürlich so eine günstigere, ist meistens nicht so gut wie eine teurere. Was echt empfehlenswert ist, ist eine stufenlose Drehzahlregelung. Da tut man sich deutlich leichter und sie sollten natürlich auch ein paar Watt haben. Weil manche haben da ja wirklich bloß 200, 300 Watt und das ist einfach zu wenig. Wenn man wirklich richtig Drechselbänkchen will, sollte sie mindestens so 500, 750, sollte das schon haben. Mhm. Ja, und außer mit Drechselbänkchen, was brauche ich denn da noch? Ich sehe, du hast eine ganze Reihe Eise. Ja, also Drechseleise braucht man schon auch, weil ohne Eise kann man nicht Drechseln. Da gibt es natürlich auch tausende verschiedene und da ist als Anfänger gar nicht so einfach das Richtige rauszusuchen. Weil es geht alle möglichen Größen, alle möglichen Formen und auch in alle verschiedenen Preisklassen. Mhm. Und was mache ich jetzt als Anfänger, Niklas? Dass ich mich nachher nicht ärgere. Jaja. Aber trotzdem nicht gleich 1000 Euro für Drechselbänkchen ausgeht. Am Anfänger Niklas speziell das jetzt ein Drechselbänkchen-Set empfehlen. Ich habe mir damals auch ein recht günstiges von Holzmann, war das aber das Geld auch von alle möglichen anderen Firmen gekauft. Hat damals so, glaube ich 100 Euro gekostet. Waren 6, 7 Drechselbänkchen-Eise. Und die habe ich auch immer noch in Gebrauch, also die funktionieren doch auch aus HSS. Das ist wichtig, weil alles andere geht auch. Aber HSS ist nicht schlecht. Und das war eigentlich ja ein relativ günstiges Set, aber da hat so ziemlich alles dabei was man braucht. Und dann nachher, wenn man dann das Schalen-Drechsel und so anfangen will, dann sollte man sich vielleicht nochmal eine Schalenröhre kaufen. Da habe ich mir dann damals die Stubei gekauft. Das ist glaube ich eine 16er, also schon eine etwas größere, die dann auch mit Fingernagelanschliff. Und das ist von Anfang an mal so eine recht gute Ausstattung. Ja, gut, Eisenhörner. Aber wie spannst du dein Holz ein? Was brauche ich da? Bleibst du eine Spitze, Zwischenspitze oder ein Backenfutter? Ja, also da braucht man auf jeden Fall so eine Mitnehmerspitze. Das hier ist ein Vierzack-Mitnehmer. Aber das ist bei den meisten Drechselbänken eigentlich auch direkt dabei. Und da kann man die dann auch nicht mehr wo dabei sind, die funktionieren eigentlich. Dann braucht man noch eine vernünftige Spitze, äh mitlaufende, eine mit Kugelhacker. Da würde ich euch aber stabile empfehlen. Weil bei den Maschinen sind zwar oft auch schon welche dabei, aber die sind meistens so wackelig, dass das dann gar nicht so viel bringt. Also dann nochmal ein paar Euro in eine vernünftige Spitze investieren. Lohnt sich auf jeden Fall. Also mit so Spitze und Mitnehmer kann ich dann eine Holzscheitle einspannen und einen Kerzenständer träxeln. Ja, zum Beispiel das kann. Aber wenn man dann später noch ein wenig mehr Drechsel will, vielleicht auch mal Schalen, Teelichthalter oder sowas. Da empfiehlt sich dann Backenfutter noch. Weil da kommen wir eigentlich beim Drechsel kaum drum herum. Wenn man nicht irgendwas richtig spannen will und dann zum Beispiel auch am Ende zum Beispiel reinbohren von Kerzenständen oder so. Da braucht man dann immer Backenfutter. Aber das Problem ist halt, die sind meistens nicht ganz billig. Also wenn da welche sagen, das Event für 100 Euro oder 2 Hertz Drechsel anfangen, da ist das dann natürlich mit dem Backenfutter immer schwierig. Weil ich habe zwei verschiedene, ein etwas günstigeres und etwas teureres. Nur weil G2 und G3. Das G2 ist das bessere, aber das kostet dann auch 200 Euro oder so. Aber da habe ich große Backen drauf und so. Und ich muss auch sagen, man merkt einen Unterschied zwischen billiger und teureren. Weil das billige, das eiert ein bisschen. Also wenn man dann eine Schale aufspannt, dann läuft die nie wirklich rund. Und beim teureren läuft die auch rund. Also wenn man wirklich auch öfters mal Schalen drechseln will und so lohnt sich vielleicht auch ein bisschen teures Backenfutter. Ich habe hier jetzt auf einem immer meine großen 100 Millimeter Kraftspannbacken drauf. Die sind echt praktisch, gerade wenn man Weizenholz auch so drechseln will. Da das die recht tief sind, kann man dann eben auch längere Sachen spannen. Gerade auch wenn es vielleicht für deinen Schlitter irgendwie eine Säule oder so an der Seite hat es vielleicht auch. Da ist das dann geklappt. Und so Backenfutter, das kaufst du dann einmal und das hast du dein Leben lang eigentlich. Das wird nicht kaputt. Ja gut, das wird nicht hin, das kannst du deinen Enkel vererben. Dann brauchst du natürlich noch ein paar verschiedene Wechselbacken. Und dann ist das eine gute Sache. So und dann habe ich meine Werkzeuge, die sind ja scharf. Und wenn ich es bei einem Dicktum kauf, dann kann ich es auch einmal nachschleifen lassen. Dann kann ich auch einmal in Ruhe. Ja, das Ganze einfach ist das nicht. Weil wenn man eigentlich am Anfang kauft, dann sind sie zwar meistens scharf. Aber spätestens nach der ersten halben Stunde Drechsel oder so, muss man wieder nachschleifen. Halbe Stunde? Ja, wenn man da Schiessherzholz hat. Also jetzt kein alter Kirschbaum, das ist ja ihr Wäuch. Sondern Euchenholz oder Rubinje oder Esch oder sowas, das ist ratzfatz stumpf. Also muss ich selber schleifen können, wenn ich glücklich werden will. Weil irgendwo zum Schleifen nachbringen kann man zwar theoretisch auch machen, aber macht meines Erachtens nach keinen Sinn, weil es einfach nicht umsetzbar ist. Sobald man ein wenig mehr drechseln will. Mhm. Ja, das bedeutet man braucht irgendwas zum Schleifen. Hast du da schon irgendwie eine Mascheele oder so? Ich habe so einen Doppelschleifer, so einen kleinen. So einen ganz normalen kleinen. Ja, genau. Ja, das haben wahrscheinlich auch die meisten von euch. Irgendein alter, billiger. Aber die kostet ja auch neu in die Welt so billiger. 30, 40 Euro. Und dann kann man da auch schon loslegen. Das reicht auch prinzipiell schon, damit kriegt man seine Eise scharf. Aber das ist gar nicht so einfach, so freihandschleifen. Aber ich kann es euch auch mal kurz zeigen. Oh ja. Jetzt tue ich mal kurz filmen, ob ich das auch kann. Meinst du, ich bringe es noch? Ich glaube, das kriegen wir schon noch. Also fangen wir als allererstes mal mit einem ganz einfachen Werkzeug an. Und zwar so ein Abstechstall in Diamantform. Das bedeutet, dass er vorne spitzig ist. Ah. Das ist ein recht einfaches Werkzeug zum Schleifen, weil da hat man ja bloß eine Seite. Die muss man einfach in dem Winkel, wo sie eben am Anfang von Berg aus auch hat. Einfach an die Schleifen nachdrücken. Und dann ist es auch schon wieder scharf. Kann man gar zu arg falsch machen. Außer zu lang und zu stark hindrücken. Weil dann läuft euch neues Werkzeug blau an und so. Und dann wird es nämlich scharf, weil dann sich das Gefüge verändert und das ist alles blöd. Deswegen müsst ihr gucken, dass wenn ihr mehr wegschleifen wollt, dann immer zwischendurch in Wasser kühlen. Und auch bei so einem Schnellschleifen, Schleifbock, Schnellschleifen, Schnelllaufen, da müsst ihr auch umso mehr aufpacken. Ich habe hier ein Langsamlaufen, da ist das nicht ganz so das Problem. Aber ich zeig's euch einfach mal. Da hebe ich es jetzt ungefähr in dem Winkel einfach hin, mach an und drück's einfach ganz kurz hin. Das klingt wie ein Silvester. So und jetzt ist das Eis wieder scharf und man kann damit wieder weiter drücken. Aber auch bei so einem relativ Eiferanstalt hat man schon oft das Problem, wenn man nicht so arg in der Übung ist, dass man dann, gerade wenn man auch öfter schleift, dass man genau die Phase nicht trifft und ein bisschen so oder ein bisschen so. Und dann eben keine ganz schöne einheitliche Phase hinkriegt. Aber in der Regel bei so einem Absteig oder so ist das nicht ganz so dramatisch. Und wie sieht das dann bei der Röhre aus? Ja, nehmen wir hier einfach mal so eine ganz einfache, billige. Weil da kann ich jetzt auch nicht arg viel Heeschleifen. Weil ich muss auch sagen, ich bin komplett aus der Schleifübung raus. Und vor allem habe ich jetzt auf meinem Schleifer auch bloß eine grobe Scheibe drauf. Deswegen gehe ich jetzt an meine normale, wo ich sie normalerweise nehme, nicht ran, weil ich da eben auch die Einstellung am Schleifer habe und so. Und außerdem nicht mehr so arg viel Material übrig. Die ist nämlich bald auch zu kurz, weil bald mal wieder eine neue kaufen. Weil das ist eben auch das Problem, wenn ihr einfach so Freihand an so einem Schleifer, wo viel wegnehmt, schleift, da wird euer Eise ratzfatz kurzer. Weil einmal ein bisschen blöd hin und schon ist da ein halber Zentimeter von so einer dünnen Röhre weg. Deswegen muss da echt aufpassen. Deswegen habe ich mir dann auch einen Nassschleifer gekauft und habe an dem Freihand geschleift. Aber jetzt zeige ich es euch trotzdem nochmal mit der Röhre hier am Schleifer. Da ist es jetzt schon ein bisschen komplizierter, weil da müsst ihr ja hier ungefähr so die Form abschleifen. Hier bei der Röhre, da kann man es jetzt auch fast noch so machen, das funktioniert auch noch. Aber wenn ihr dann so eine wirkliche Röhre mit Fingernagel anschlifft, das heißt die Flangen, die ihr nach hinten geschliffen habt, da muss man dann spätestens so schleifen. Und das wird Freihand echt relativ kompliziert. Aber hier die Einfachheit, das sollte auch kein Problem sein. Jetzt ist die mal scharf. Die ist auch so scharf, dass man jetzt mit der problemlos drechseln könnte, obwohl ich es ja an einer wirklich recht groben Scheibe geschliffen habe. Aber lasst euch da nicht davon irritieren, weil auch so eine Röhre kann relativ scharf sein. Und meines Erachtens nach muss man auch nicht immer von Hand nach nachschleifen, machen ja auch manche, oder polieren. Finde ich lohnt sich bei Drechsel-Eisen nicht so wirklich, bei Stechbänden oder Schnitzeisen dann natürlich mehr. Aber bei reinen Drechsel-Eisen, da reicht es so am Schleiferschleifen. So mal drauf, so. Sieht schon blöd. Sieht scheiße aus, oder? Ja, aber voll. Wo ist die Kamerafrau? Keine Ahnung, fort. Schwer zu sagen. So. Bart auf. Guckt nase aus. Die muss man doch sehr rote. Rote Rentiernase. Schreibt mir einen Kommentar, ob ich bei Niklas nase rausgucken muss, oder ob die... Da hat es einen Mundschlitz irgendwo. Der ist da, der guckt nase raus. Gut, nase guckt nase. Also. So. Aber jetzt, für mich als Anfänger, gibt es da irgendwelche Hilfsmittel oder sowas, dass ich leichter schleifen kann. Ja, also gerade so für die Nassschleifen oder so, das ist ja recht gängig. Gerade von Tormek oder so, kennst du doch wie es auch. Ja, ja. Ja, klar. Da gibt es schöne Vorrichtung und das macht es am Anfang natürlich deutlich leichter zum schleifen. Weil gerade, wenn ihr nicht oft Drechsel oder aus Drechsel anfängt, dann kann es ganz schön schwierig sein, da einen schönen Schliff hinzubekommen. Und gerade auch, wenn man relativ teure Drechsel-Eisen benutzt, weil ein wirklich gutes Drechsel-Eisen kann ja auch schnell mal 70, 80 Euro kosten. Und wenn man dann beim Schleifen das verkackt und das dann nach einem Jahr runtergeschliffen ist, kann das auch so eine relativ teure Angelegenheit sein. Deswegen ist das immer ein echt schwieriger Grad zum entscheiden, ob man sich jetzt eine Schleifvorrichtung kauft, so wie es jetzt auch ich habe an meinem Schleifer, was natürlich richtig Kohle kosten kann. Also wenn man da sich ein Tormek kauft oder auch sowas wie ich, da ist man auch schnell mal bei 500, 600 Euro. Natürlich teilweise auch weniger, aber für so die komplette Ausstellung, was man so an einem Schleif-Sach braucht. Und das ist natürlich ganz schön viel Kohle. Aber dafür bekommen wir da auch als Anfänger einen wirklich schönen Schliff hin. Und ich muss auch sagen, ich nutze mein Schleif-System gerne, weil da kann ich immer eben schön vom Winkel her wieder schleifen. Mit einer CBN-Scheibe wird das Ergebnis, so war ich nämlich auch viel Material weg. Es funkt auch nicht so arg, beziehungsweise bei HSS funkt es eigentlich so gut wie gar nicht. Ist natürlich auch schön, wenn man in einer Drechselwirtschaft, wo viel Holz umliegt und so schleift. Und da muss ich sagen, damit bin ich echt zufrieden. Und ich kann euch ja auch mal kurz zeigen, wie schnell das mit der Vorrichtung geht. Einfach mal so eine Röhre schleifen, hier so der Klassiker, meine Schalenröhre. Und weil das geht nicht wirklich rup-zuck. Oder kann das eh auch machen dann nachher? Ja, kannst auch mal machen. Dann stelle ich es eingeschönt und dann kannst du Gartung machen. Oh ja. So, wie funktioniert das jetzt? Ja, das ist eine relativ einfache Röhre, die muss bloß hier so zum Schleifen so gedreht werden. Deswegen geht es recht einfach hier auf. Dann gucken, dass die Phase überall schön anliegt. Am besten, wenn man Licht dahinter hat, dann kann man da einfach durchgucken. Zack anziehen, fertig eingestellt. Dann anmachen. Und fertig geschliffen. Ja, und ihr seht auch hier jetzt in der Nahaufnahme, das ist ein wirklich perfektes Schleifergebnis, hier auf der kompletten Phase geschliffen. Ihr seht, das ist wirklich eine Phase, nicht irgendwie ein paar verschiedene, sondern wirklich ein Ding. Und das hat jetzt 10, 20, 30 Sekunden gedauert, also geht wirklich ratzfatz mit einstellen und so. Und weil ich das jetzt so eingestellt habe und eine Schale drechsel und da öfters mal nachschleifen muss, muss ich hier die Vorrichtung gar nicht verstellen. Einfach einschalten, hinheben, ein bisschen drehen und fertig. Ich tue mal ausprobieren. Und der Trick ist einfach, dass der Abstand hier immer der gleiche ist. Ja. Zur Vorrichtung kann man sich natürlich auch selber bauen. Hier für andere Röhren habe ich jetzt hier noch so eine Vorrichtung. Das ist dann, da kann ich aber auch nochmal extra Video drüber machen, heiße Schleifen, weil das ist ja schon ein wirklich kompliziertes Thema. Das ist ja jetzt hier alles mal so im Schnelldorflauf. Aber für Röhren mit Fingernagelanschliff, so wie die hier, braucht ihr hier noch so eine Vorrichtung, damit ihr eben hier so bewegen könnt. Kann ich ja nachher auch nochmal zeigen. Wo du drauf achten musst, ist, dass du eben nicht zu weit drehst, damit du eben hier nicht die Ecken wegschläfst, sondern da musst du einfach so weit drehen, bis man da überall alles geschliffen hat und gut ist. Aha. Und der Winkel da stimmt jetzt schon, weil du die Entfernung eingestellt hast. Ja, und jetzt musst du einfach bloß mal ganz ohne Druck einfach ein bisschen drehen. Eigentlich kinderleicht. Ja, und ich muss sagen, besser hätte ich es auch nicht nachgebracht. Das ist ein gutes Schleifergebnis und damit kann man jetzt so wunderbar drehen. Und sehr scharf. Das ist sauscharf. Ja, ja. So, dann schleifen wir hier noch eine mit ein bisschen dem Fingernagelanschliff. Die kann man jetzt nicht mehr ganz so einfach in der Vorrichtung, auch nicht mehr von Hand so einfach schleifen, weil wenn ihr die schleifen wollt, da muss man dann schon wirklich so weit drehen und das ist gar nicht so einfach. Aber ich zeige es euch jetzt einfach mal in meiner Vorrichtung. Weil da brauche ich bloß hier das extra Ding. Kann ich mir jetzt schon mal so grob einstellen, das muss eben hier spannen. Und an dem Ding, da habe ich auch noch nie irgendwas verstellt. Das habe ich eben einmal halt einfach so eingestellt und mache seitdem so. Dann habe ich mir hier unter meinem Schleifer einfach einen kleinen Klotz Ahorn einfach mal mit Heißkleber, glaube ich, hingeklebt. Und an dem kann ich das Ganze eben so anschlagen, damit eben die Röhre hier aus der Vorrichtung immer gleich weit raus guckt. Das nehme ich auch für alle meine Röhren gleich. Dann ziehe ich hier nur an. Stellen wir dann hier den Abstand ein, wie bei der anderen Röhre auch, dass eben die Phase anliegt. Zack, das ist ja auch wirklich einfach. Und da ist jetzt viel kürzer hier. Ja, da ist jetzt viel kürzer. Aber ihr seht, ich kann jetzt hier so drehen und schleife hier wunderbar die ganze Phase ab. Und so kann ich jetzt nämlich immer wiederholgenau die Phase genau gleich schleifen, nehme kaum Material weg, muss mich nicht eher konzentrieren. Und wenn ich es einmal eingestellt habe, kann ich auch mehrmals die Röhre so schleifen. Du sprichst einmal von Fingernageln. Was ist denn das für ein Anschliff? Ja, manche Leute drechseln auch wirklich mit ihren Fingernageln, aber da halte ich jetzt so arg viel davon, weil das tut auf Dauer weh. Und gerade bei härteren Hölzern kann es da schon mal zum einen oder anderen in einen Unfall kommen. Deswegen nicht mit Fingernageln drechseln. Kauft euch lieber vernünftige Drechseleisen, auch wenn die weniger Gold kosten. Ja, Fingernagelanschliff bedeutet auch lediglich, dass hier wie bei der Röhre so ist, dass ihr eben hier die Flanken, so heißen die Seiten hier, eben relativ weit zurück geschliffen habt. Das bedeutet hier nicht einfach so rum eine Phase habt, sondern wirklich von der Seite rauf bis so. Das ist wichtig, wenn ihr eine Schale drechselt, gerade da in der Außenform und eben richtig, richtig viel Material wegnehmen wollt, da braucht ihr eben den Fingernagelanschliff, dass ihr eben einfach einen breiteren Spann wegnehmen könnt. Okay. So Philipp, jetzt weiß ich mal, was ich brauche. Also eine kleine Bank, einen Abhängersatz, Eise. Ja, und mit dem Schleifen, was meinst du? Ja, es kann schon sein, dass sich das lohnt, da irgendwie so die Vorrichtung. Hm, also gerade bei so Vorrichtungen. Natürlich, man kann sich solche auch selber bauen und so. Gibt es auch genügend Videos, müsst ihr euch einfach mal ein bisschen durchsuchen. Aber, vielleicht lohnt es sich schon ein Anfänger nötig. Natürlich, ein vernünftiges Schleifsystem kostet nochmal so viel wie eine vernünftige Drechselbank. Das muss man schon so sagen, oder nicht. Relativ günstige Drechselbank. Aber, wenn ihr eben keine vernünftige Schliffene Eise habt, dann bringt euch die beste Drechselbank nichts. Weil, dann kann man einfach nicht vernünftigt drechseln. Und das ist auch bei den meisten Anfängern das Problem. Dass wir einfach mit stumpfen Eisen arbeiten. Weil, wenn man dann nichts Vernünftiges zum Schleifen hat, dann drechselt man, sagen bis es stumpf ist, und drechselt dann aber trotzdem noch weiter und weiter und weiter und wundert sich, ah, warum geht das denn nicht? Und jedes Holz ist zu hart und Buchenholz und so. Da habe ich auch mal eine Geschichte mitgekriegt, da hat jemand gesagt, ah, das Holz taugt ja gar nichts. Buchenholz neu. Nichts zum Drechseln. Ja, das ist eben, wenn man stumpfe Eisen hat. Weil, ein Buchenholz geht wunderbar zum Drechsel, Eiche geht auch wunderbar zum Drechsel, vorausgesetzt man hat scharfe Eisen. Deswegen, Eise scharfen lohnt sich. Gut. Aber, wenn ich das alles so zusammenzähle, da reichen 1000 Euro fast eh dafür eine gescheite Grundausstattung. Ja, ich würde mal sagen, das ist so am unteren Ende. Dafür bekommt ihr schon ein Schleifgedöns, Backenfutter, Drechselbank. Aber für 1000 Euro darf man noch nicht zu viel erwarten. Das ist wirklich das relativ billigste, was es gibt. Oder wenn ihr einen Schleifer habt, euch irgendwie einen billigen Nassschleifer kauft oder so. Dann kommen wir vielleicht mit 1000 Euro hin. Aber so eine wirklich vernünftige Grundausstattung würde ich fast so mit 1500 oder so rechnen. Weil dann kommen immer noch irgendwelche Sachen, die man braucht. Dann braucht man das und noch einen Planscheibenring und so ein Schleifen noch irgendwas und so. Dann labert sich das gerne mal zusammen. Gut, aber jetzt weiß ich mal so ein bisschen, um was es geht. Dann machen wir auch heute mal mit dem Video Schluss. Weil haben wir lieber nächsten Sonntag noch mal äußerst, wo das jetzt alles zu lernen. Da wird dann aber drechselt. Da wird dann so richtig drechselt. Oh ja, super. Dann mache ich heute für die Türchen zu, weil du so viel schwätzen musst. So machen wir es. Und ich will das auch mal. Oh, das gewitscht aber schön, das hier. Oh, Niklaus, du hast den Händen gebrannt. Wo? Dein Mantel. Wo? Da rennt es noch. Da rennt es noch. Das war vom letzten Mal. Das war vom letzten Jahr. Scheiße. Das war schon eine halbe Sache da. Das ist der Graubere. Hätten wir Fischchen drüber hängen. Wer das noch gesehen hat, der soll den Adventskalender vom letzten Jahr angucken. Da war ich mit dem Motorrad im Wald. Also, bis zum nächsten Sonntag. Da komme ich wieder. Hoffentlich habt ihr auch ein wenig etwas gelernt. Bei euch war auch jetzt informativ und vielleicht auch ein wenig unterhaltsam. Und jetzt kommt die Musik. Jetzt? Die kommt schon bald. Ach, die ist ja gerade schon gekommen. Die ist schon gekommen. Das wird euch nichts mehr. Bis morgen. Bis morgen. Jetzt hätte ich es fast noch vergessen. Meine Rentiere haben gesagt, ich soll unbedingt ein Selfie vom Philipp machen. Vor einem Türchen. Wo ist das Türchen? Was? Ich sehe jetzt das auf Insta. Türchen? Wo bist du? Hi. Da. So. Jetzt. Noch mal. Hoho. Was ist das noch jetzt so das? Warte mal. Ich habe eine Idee. Komm schon mal schnell mit. Mir ist gerade noch gekommen, wenn ihr das Selfie noch besser macht. Hast du so ein Selfiestick neu, gell? Neu? Ich habe da etwas viel Besseres. Gucken mal. Haha. Wie man für ein schönes Selfiestick halt auch. Da spannen wir das jetzt einfach. Nein? Aber dabei vorsichtig. Nein, wirklich vorsichtig. Dann machen wir das mit dem Selbstauslöser. 10 Sekunden. Mhm. Dann probieren wir es doch gerade nochmal. Nimmst du es gerade? Ja. Machen wir es da hin? Ha. Oder vor dem Türchen? Ach, schon vor dem Türchen. Genial. Das ist ja voll genial. Jetzt kriegen wir das Türchen, ne? Was Türchen? Das stand immer davor. Ein wenig Schrei. Träger. Eine neue Erfindung. Auch so hieber schon ein wenig genommen. Ja. Ja. Äh, jetzt muss man einfach drauf drauf. Hoho. Für Insta für Drehtiere. Die haben nämlich einen extra Insta-Account. Ich kann sie auch noch auf meinen Insta-Account, der kleine Drechsler stellen. Falls nicht alle bei den Rentieren vom Niklaus gucken wollen. Der wird nicht so bekannt sein. Hoho. Die haben Follower. Das glaubst du nicht. Echt? Ja. Haha. Haha.